Habe ich schon mal Lukas? Ja, Start. Ah ja, genau, DPFAK Lukas, der fliegende Kanonenschlag, das ist Explode Doppelknall, eine Umlabelung. Die hatten wir schon öfter, aber ich glaube noch nie als DPFAK Lukas. Der ist angelehnt an ein altes Bombenohr von früher. Da knallt es von unten. Was wollen wir denn da? Also das fliegt hoch, ne? Äh, ja, ja, okay. Moment, ich positioniere mich. Warte, warte, ich habe meinen Stimmen davon runter. Achso. Ja, fertig, hier. Professionell. Ja, ja, danke. Genau. Das ist ja dasselbe, wie du siehst. Wie hoch fliegt das Ding? Weiß ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, das ist doch kein Ding, das ist immer hin geflogen. Versuchen wir mal nochmal, aber dafür, ähm... Bisschen war der weg. Ja, aber druckvoll, ne? Der war gut, der war gut. Der war gut. Das war ein Doppelknall, das war ein total Durchzünder. Ja, ja, also es war ein Doppelknall auf Schlag quasi. Ja, war doch geil. So, neuer Verzünder. So soll das sein. So war das wieder. Oh, das fällt doch nicht gut. Es regnet. Machen wir noch einen, das fällt doch ein. Jetzt lebe ich doch mal hier rüber. Ja. Jetzt stehe ich nicht zum Qualen. So ist das eigentlich gedacht. Ja.